Ich bin müde und möchte schlafen. Mein Bruder ist drei Jahre älter als ich. Ich gehe jeden Freitag ins Fitnessstudio. Ich gehe jeden Freitag ins Fitnessstudio. Die Bäume im Park sind sehr hoch. Die Bäume im Park sind sehr hoch. Ich lerne gerade ein neues Lied auf der Gitarre. Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Wir fahren im Sommer in den Urlaub. Wir fahren im Sommer in den Urlaub. Die Wohnung ist groß genug für uns alle. Ich möchte im nächsten Jahr eine neue Sprache lernen. Ich möchte im nächsten Jahr eine neue Sprache lernen. Ich habe beschlossen, gesünder zu essen. Ich habe beschlossen, gesünder zu essen. Ich habe meinen Freund im Café getroffen. Ich habe meinen Freund im Café getroffen. Wir treffen uns morgen um zehn Uhr. Wir treffen uns morgen um zehn Uhr. Ich habe gestern ein neues Fahrrad gekauft. Meine Schwester hat nächste Woche Geburtstag. Meine Schwester hat nächste Woche Geburtstag. Der Supermarkt schließt um zwanzig Uhr. Im Sommer gehe ich oft schwimmen. Der Zug fährt in fünf Minuten ab. Der Zug fährt in fünf Minuten ab. Das Wetter ist heute sehr schön. Ich lese gerne Bücher in meiner Freizeit. Ich lese gerne Bücher in meiner Freizeit. Ich habe das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Ich habe das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Ich fühle mich heute sehr müde. Ich fühle mich heute sehr müde. Der Zug hat Verspätung. Der Zug hat Verspätung. Das Wasser im Pool war eiskalt. Das Wasser im Pool war eiskalt. Ich kaufe frisches Brot. Ich kaufe frisches Brot. Ich habe eine neue Uhr. Ich habe eine neue Uhr. Ich spiele Klavier. Ich spiele Klavier. Ich gehe jeden Tag spazieren. 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 Der See ist sehr tief. Der See ist sehr tief. Ich sehe die Sterne am Himmel. Ich sehe die Sterne am Himmel. Ich genieße das schöne Wetter. Ich habe heute Morgen lange geschlafen. Es ist wichtig, genug Wasser zu trinken. Es ist wichtig, genug Wasser zu trinken. Das Treffen wurde auf nächste Woche verschoben. Das Treffen wurde auf nächste Woche verschoben. Ich bin sehr stolz auf meine Arbeit. Ich bin sehr stolz auf meine Arbeit. Ich habe mein Passwort vergessen. Ich habe mein Passwort vergessen. Ich habe viele Freunde. Ich habe viele Freunde. Der Baum hat viele Äste. Der Baum hat viele Äste. Ich trage einen warmen Mantel. Ich trage einen warmen Mantel. Ich genieße das schöne Wetter. Ich genieße das schöne Wetter. Die Zeitung liegt auf dem Tisch. Ich sehe die Sterne am Himmel. Ich sehe die Sterne am Himmel. Das Haus hat drei Etagen. Das Buch hat viele Seiten. Das Buch hat viele Seiten. Das Buch hat viele Seiten. Ich gehe in die Stadt. Ich gehe in die Stadt. Ich gehe in die Stadt. Die Straße ist breit. Die Straße ist breit. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich koche gern italienisches Essen. Ich koche gern italienisches Essen. Das ist mein Haus. Das ist mein Haus. Das Bett ist bequem. Das Bett ist bequem. Das Baby schläft. Das Baby schläft. Ich habe das Buch in zwei Tagen gelesen. Ich habe das Buch in zwei Tagen gelesen. Ich gehe ins Bett. Ich gehe ins Bett. das Bett. Ich gehe ins Bett. Die Katze ist süß. Das Bett ist süß. Das Bett ist süß. Die Katze ist süß. Ich habe das Auto vor dem Haus geparkt. Ich habe das Auto vor dem Haus geparkt. Ich habe das Buch in zwei Tagen gelesen. Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Ich interessiere mich für deutsche Geschichte. Ich interessiere mich für deutsche Geschichte. Die Stadt, in der ich lebe, ist sehr ruhig. Ich habe gerade eine Tasse Kaffee getrunken. Ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft. Ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft. Ich habe den ganzen Tag am Strand verbracht. Ich habe den ganzen Tag am Strand verbracht. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen. Ich trinke jeden Morgen Kaffee. Der Sommer ist meine Lieblingsjahreszeit. Der Sommer ist meine Lieblingsjahreszeit. Ich mag es, in der Natur zu wandern. Ich gehe gern ins Theater. Ich gehe gern ins Theater. Ich lerne die Farben auf Deutsch. Ich lerne die Farben auf Deutsch. Ich gehe in den Wald. Ich gehe in den Wald. Ich lese die Zeitung am Morgen. Ich lese die Zeitung am Morgen. Der Hund ist sehr freundlich. Der Tisch ist gedeckt. Der Tisch ist gedeckt. Das Auto fährt schnell. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich sitze auf dem Sofa. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich schreibe in mein Tagebuch. Die Straße ist leer. Ich gehe ins Bett um 10 Uhr. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Das Zimmer ist dunkel. Das Zimmer ist dunkel. Das Wetter ist heute gut. Das Brot ist frisch. Das Brot ist frisch. Die Stadt ist groß. Ich lese ein Buch im Bett. Ich lese ein Buch im Bett. Der Garten ist schön. Der Garten ist schön. Die Blume riecht gut. Die Blume riecht gut. Der Tisch ist rund. Der Tisch ist rund. Ich gehe ins Fitnessstudio, um zu trainieren. Ich gehe ins Fitnessstudio, um zu trainieren. Der Hund läuft schnell über das Feld. Das Kind malt ein Bild mit bunten Farben. Das Kind malt ein Bild mit bunten Farben. Der Bus ist voll mit Leuten. Der Bus ist voll mit Leuten. Die Blätter der Bäume fallen im Herbst. Ich schreibe eine Karte an meinen Freund. Ich schreibe eine Karte an meinen Freund. Das Wetter ist heute sehr schön. Ich gehe ins Bett, weil ich müde bin. Ich gehe ins Bett, weil ich müde bin. Der Schnee bedeckt die Dächer der Häuser. Das Wasser im Schwimmbad ist warm. Das Wasser im Schwimmbad ist warm. Ich schreibe eine E-Mail an meinen Lehrer. Ich schreibe eine E-Mail an meinen Lehrer. Ich mache einen Spaziergang am Strand. Ich mache einen Spaziergang am Strand. Der Schnee bedeckt die Straßen. Der Schnee bedeckt die Straßen. Ich mache einen Spaziergang am Strand. Das Auto parkt vor dem Haus. Das Auto parkt vor dem Haus. Ich gehe früh zur Arbeit. Ich gehe früh zur Arbeit. Ich höre den Regen fallen. Ich gehe in die Bibliothek. Ich gehe in die Bibliothek. Der Hund schläft auf dem Boden. Der Hund schläft auf dem Boden. Ich sehe fern im Wohnzimmer. Ich sehe fern im Wohnzimmer. die Katze schläft auf dem Teppich. Die Katze schläft auf dem Teppich. Die Katze schläft auf dem Teppich. Die Katze sitzt auf dem Stuhl. Ich packe meine Tasche. Der Zug kommt um 10 Uhr. Die Uhr tickt leise. Die Blumen sind bunt. Ich gehe langsam durch den Park. Ich gehe langsam durch den Park. Die Uhr hängt an der Wand. Ich sitze auf dem Sofa und lese. Das Auto hat vier Türen. Das Auto hat vier Türen. Der Apfelbaum trägt viele Früchte. Der Apfelbaum trägt viele Früchte. Die Pflanze braucht Wasser. Die Pflanze braucht Wasser. Das Haus hat viele Fenster. Das Haus hat viele Fenster. Ich schreibe einen kurzen Text. Ich schreibe einen kurzen Text. Das Fenster ist sauber. Das Fenster ist sauber. Ich koche heute Abend. Ich koche heute Abend. Das Brot ist frisch gebacken. Das Brot ist frisch gebacken. Ich gehe früh schlafen. Ich gehe früh schlafen. Der Wald ist grün und dicht. Das Bild ist schön gemalt. Das Bild ist schön gemalt. Das Zimmer ist sehr klein. Das Zimmer ist sehr klein. Ich lese ein Märchen. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich lerne neue Wörter. Ich lerne neue Wörter. Ich sitze auf dem Sofa. Ich sitze auf dem Sofa. Ich lese die Nachrichten. Ich lese die Nachrichten. Ich fahre mit dem Zug. Ich fahre mit dem Zug. Die Uhr zeigt drei Uhr. Die Uhr zeigt drei Uhr. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich kaufe Obst und Gemüse. Der Tisch ist aus Holz. Der Tisch ist aus Holz. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich schreibe in mein Tagebuch. Die Straße ist breit. Die Straße ist breit. Die Straße ist leer. Die Straße ist leer. Die Bäume sind hoch. Die Bäume sind hoch. Die Blumen duften gut. Die Blumen duften gut. Ich trinke heißen Tee. Ich trinke heißen Tee. Das Auto ist schnell. Das Auto ist schnell. Ich habe den Brief geschrieben. Ich habe den Brief geschrieben. Der Fluss ist breit. Der Fluss ist breit. Ich habe den Teppich gesaugt. Das ist mein Buch. Das ist mein Buch. Er arbeitet als Lehrer. Er arbeitet als Lehrer. Das Wetter ist schön. Das Wetter ist schön. Das Haus ist groß. Das Haus ist groß. Ich gehe zur Schule. Ich gehe zur Schule. Ich gehe zur Schule. Der Hund ist klein. Der Hund ist klein. Ich habe ein Fahrrad. Ich habe ein Fahrrad. Ich habe ein Fahrrad. Das Wasser ist kalt. Das Wasser ist kalt. Ich habe ein Bild. Die Blume ist schön. Die Blume ist schön. Die Katze schläft. Die Katze schläft. Ich habe Durst. Das Buch ist langweilig. Der Fisch schwimmt im Wasser. Der Fisch schwimmt im Wasser. Der Sommer ist heiß. Ich gehe einkaufen. Ich gehe einkaufen. Ich mache jeden Morgen Yoga. Ich mache jeden Morgen Yoga. Ich habe ein neues Fahrrad gekauft. Der Schnee ist weiß. Der Schnee ist weiß. Der Himmel ist voller Sterne. Der Himmel ist voller Sterne. Ich gehe zu Fuß zur Arbeit. Ich gehe zu Fuß zur Arbeit. Ich habe einen Spaziergang gemacht. Ich habe einen Spaziergang gemacht. Ich habe das Fenster geschlossen. Ich habe die Pflanzen geschlossen. Ich habe die Pflanzen gegossen. Ich habe die Pflanzen gegossen. Ich habe ein Bild gemalt. Der Computer ist kaputt. Der Computer ist kaputt. Der Hund bellt laut. Der Hund bellt laut. Ich gehe in den Park spazieren. Ich gehe in den Park spazieren. Ich gehe ins Bett. Ich gehe ins Bett. Ich habe heute viel gelernt. Ich habe heute viel gelernt. Ich koche das Abendessen. Ich koche das Abendessen. Ich mag dein Lächeln. Ich mag dein Lächeln. Ich habe eine neue Tasche gekauft. Ich habe eine neue Tasche gekauft. Es gibt viele Bäume im Park. Es gibt viele Bäume im Park. Ich kann mir sie besorgen. Der Zug ist pünktlich. Der Zug ist pünktlich. Der Zug ist pünktlich. Ich werde bald nach Hause gehen. Ich werde bald nach Hause gehen. Die Katze schläft auf dem Sofa. Der Kaffee ist heiß. Der Kaffee ist heiß. Ich muss mein Zimmer aufräumen. Ich muss mein Zimmer aufräumen. Ich habe eine Überraschung für dich. Die Blume duftet gut. Ich nehme ein Bad. Ich nehme ein Bad. Das Essen ist fertig. Ich schreibe einen Brief. Ich schreibe einen Brief. Hallo, wie geht es dir? Hallo, wie geht es dir? Ich heiße Joanna. Ich heiße Joanna. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. Ich spreche ein wenig Deutsch. Ich spreche ein wenig Deutsch. Ich hätte gerne einen Kaffee. Entschuldigung, wo ist die Toilette? Entschuldigung, wo ist die Toilette? Wie spät ist es? Dankeschön. Was machst du heute? Was machst du heute? Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Was essen wir zum Abendessen? Ich mag dieses Buch sehr. Ich mag dieses Buch sehr. Ist das dein Hund? Heute ist ein schöner Tag. Heute ist ein schöner Tag. Ich möchte eine Reservierung machen. Ich möchte eine Reservierung machen. Ich freue mich auf das Wochenende. Ich freue mich auf das Wochenende. Wie lange bleibst du hier? Wie lange bleibst du hier? Die Schule beginnt um 8 Uhr morgens. Die Schule beginnt um 8 Uhr morgens. Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ich gehe jeden Tag spazieren. Ich gehe jeden Tag spazieren. Ich möchte nächstes Jahr nach Spanien reisen. Ich möchte nächstes Jahr nach Spanien reisen. Ich arbeite in einem Büro im Stadtzentrum. Ich arbeite in einem Büro im Stadtzentrum. Mein Bruder spielt gerne Gitarre. Mein Bruder spielt gerne Gitarre. Der Bus kommt in 10 Minuten. Ich finde es schwer, früh aufzustehen. Ich plane, bald einen neuen Job zu suchen. Ich habe heute viel Arbeit erledigt. Ich habe die Dokumente auf den Schreibtisch gelegt. Ich habe das Buch schon dreimal gelesen. Ich habe das Buch schon dreimal gelesen. Die Stadt hat viele Sehenswürdigkeiten. Ich gehe in die Stadt. Ich gehe in die Stadt. Ich koche gern italienisches Essen. Ich koche gern italienisches Essen. Das Baby schläft. Das Baby schläft. Ich plane, bald einen neuen Job zu suchen. Ich plane, bald einen neuen Job zu suchen. Das Flugzeug ist pünktlich gelandet. Das Flugzeug ist pünktlich gelandet. Das Hotel war sehr komfortabel. Das Hotel war sehr komfortabel. Ich finde es schwer, früh aufzustehen. Ich finde es schwer, früh aufzustehen. Die Stadt ist viel größer, als ich dachte. Die Stadt ist viel größer, als ich dachte. Ich möchte gerne mehr Zeit für meine Hobbys haben. Ich möchte gerne mehr Zeit für meine Hobbys haben. Es regnet seit Stunden. Es regnet seit Stunden. Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Ich möchte im nächsten Jahr eine neue Sprache lernen. Ich möchte im nächsten Jahr eine neue Sprache lernen. Wir fahren im Sommer in den Urlaub. Wir fahren im Sommer in den Urlaub. Ich habe beschlossen, gesünder zu essen. Ich habe beschlossen, gesünder zu essen. Die Wohnung ist groß genug für uns alle. Die Wohnung ist groß genug für uns alle. Der Baum steht im Garten. Ich spiele Klavier. Ich spiele Klavier. Ich spiele Klavier. Ich habe eine neue Uhr. Ich habe eine neue Uhr. Der See ist sehr tief. Der See ist sehr tief. Ich kaufe frisches Brot. Ich kaufe frisches Brot. Ich kaufe frisches Brot. Ich gehe jeden Tag spazieren. Ich gehe jeden Tag spazieren. Ich gehe 11 Uhr. Ich gehe ins Bett. Ich gehe ins Bett. Das ist mein Haus. Das ist mein Haus. Die Katze ist süß. Der Apfel ist grün. Der Apfel ist grün. Das Bett ist bequem. Das Baby schläft. Das Baby schläft. Ich trinke Orangensaft. Ich trinke Orangensaft. Ich habe das Buch in zwei Tagen gelesen. Ich habe das Buch in zwei Tagen gelesen. Ich interessiere mich für deutsche Geschichte. Ich habe gerade eine Tasse Kaffee getrunken. Ich habe gerade eine Tasse Kaffee getrunken. Ich habe den ganzen Tag am Strand verbracht. Ich habe den ganzen Tag am Strand verbracht. Ich habe heute viel zu tun. Ich kaufe Gemüse auf dem Markt. Ich kaufe Gemüse auf dem Markt. Der Kuchen schmeckt sehr gut. Der Kuchen schmeckt sehr gut. Ich trinke Wasser, wenn ich durstig bin. Ich trinke Wasser, wenn ich durstig bin. Das Essen ist schon fertig. Das Essen ist schon fertig. Das Haus hat einen großen Garten. Das Haus hat einen großen Garten. Ich sitze auf dem Sofa. Ich sitze auf dem Sofa. Ich fahre mit dem Zug. Ich fahre mit dem Zug. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich lerne neue Wörter. Ich lerne neue Wörter. Ich lerne neue Wörter. Ich lese die Nachrichten. Ich lese die Nachrichten. Die Uhr zeigt drei Uhr. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Ich lese die Nachrichten. Ich lese die Nachrichten. Das Zimmer ist dunkel. Das Zimmer ist dunkel. Das Wetter ist heute gut. Das Brot ist frisch. Das Brot ist frisch. Die Stadt ist groß. Ich mache einen Spaziergang am Strand. Das Auto parkt vor dem Haus. Das Auto parkt vor dem Haus. Ich höre den Regen fallen. Ich höre den Regen fallen. Der Hund schläft auf dem Boden. Der Hund schläft auf dem Boden. Die Katze sitzt auf dem Stuhl. Die Katze sitzt auf dem Stuhl. Der Zug kommt um 10 Uhr. Die Blumen sind bunt. Ich gehe jeden Morgen joggen. Ich gehe jeden Morgen joggen. Die Straße ist heute sehr ruhig. Ich schreibe jeden Tag einen kurzen Text auf Deutsch. Ich schreibe jeden Tag einen kurzen Text auf Deutsch. Die Sonne geht im Westen unter. Die Sonne geht im Westen unter. Ich arbeite gern im Büro. Ich arbeite gern im Büro. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich schreibe in mein Tagebuch. Die Straße ist leer. Die Straße ist leer. Die Blumen duften gut. Die Blumen duften gut. Das Auto ist schnell. Das Auto ist schnell. Das Auto parkt vor dem Haus. Das Auto parkt vor dem Haus. Ich höre den Regen fallen. Ich höre den Regen fallen. Der Hund schläft auf dem Boden. Der Hund schläft auf dem Boden. Die Katze schläft auf dem Teppich. Ich packe meine Tasche. Ich packe meine Tasche. Die Katze spielt mit einem Ball. Die Katze spielt mit einem Ball. Das Wasser im Fluss ist sehr klar. Das Wasser im Fluss ist sehr klar. Ich esse jeden Morgen ein gesundes Frühstück. Ich gehe ins Bett, weil ich müde bin. Ich gehe ins Bett, weil ich müde bin. Ich mache Sport, um fit zu bleiben. Ich mache Sport, um fit zu bleiben. Der Schnee bedeckt die Dächer der Häuser. Der Schnee bedeckt die Dächer der Häuser. Die Blume in der Vase ist schön. Ich gehe gerne in den Wald spazieren. Ich gehe gerne in den Wald spazieren. Das Wasser im Schwimmbad ist warm. Das Wasser im Schwimmbad ist warm. Ich lese jeden Abend vor dem Schlafen gehen. Ich lese jeden Abend vor dem Schlafen gehen. Das Wasser im See ist klar. Das Wasser im See ist klar. Ich gehe in den Wald. Ich gehe in den Wald. Ich gehe in den Wald. Ich höre das Meer rauschen. Ich höre das Meer rauschen. Ich lese die Zeitung am Morgen. Ich lese die Zeitung am Morgen. Die Katze frisst Futter. Der Hund ist sehr freundlich. Der Baum ist hoch. Der Tisch ist gedeckt. Der Himmel ist blau. Der Himmel ist blau. Ich schreibe einen Brief an meine Freundin. Ich schreibe einen Brief an meine Freundin. Das Auto fährt schnell. Das Auto fährt schnell. Ich bin müde und möchte schlafen. Ich bin müde und möchte schlafen. Mein Bruder ist drei Jahre älter als ich. Mein Bruder ist drei Jahre älter als ich. Ich gehe jeden Freitag ins Fitnessstudio. Ich gehe jeden Freitag ins Fitnessstudio. Die Bäume im Park sind sehr hoch. Ich lerne gerade ein neues Lied auf der Gitarre. Ich lerne gerade ein neues Lied auf der Gitarre. Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Wir fahren im Sommer in den Urlaub. Wir fahren im Sommer in den Urlaub. Die Wohnung ist groß genug für uns alle. Ich möchte im nächsten Jahr eine neue Sprache lernen. Ich möchte im nächsten Jahr eine neue Sprache lernen. Ich habe beschlossen, gesünder zu essen. Ich habe beschlossen, gesünder zu essen. Ich habe meinen Freund im Café getroffen. Wir treffen uns morgen um zehn Uhr. Wir treffen uns morgen um zehn Uhr. Ich habe gestern ein neues Fahrrad gekauft. Ich habe gestern ein neues Fahrrad gekauft. Meine Schwester hat nächste Woche Geburtstag. Der Supermarkt schließt um 20 Uhr. Der Supermarkt schließt um 20 Uhr. Im Sommer gehe ich oft schwimmen. Der Zug fährt in 5 Minuten ab. Der Zug fährt in 5 Minuten ab. Das Wetter ist heute sehr schön. Das Wetter ist heute sehr schön. Ich lese gerne Bücher in meiner Freizeit. Ich lese gerne Bücher in meiner Freizeit. Ich habe das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Ich habe das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Ich fühle mich heute sehr müde. Ich fühle mich heute sehr müde. Der Zug hat Verspätung. Der Zug hat Verspätung. Das Wasser im Pool war eiskalt. Das Wasser im Pool war eiskalt. Ich kaufe frisches Brot. Ich kaufe frisches Brot. Ich kaufe frisches Brot. ich sch decorating. Ich spiele Klavier. Ich gehe jeden Tag spazieren. Ich gehe jeden Tag spazieren. Der See ist sehr tief. Ich sehe die Sterne am Himmel. Ich genieße das schöne Wetter. Ich genieße das schöne Wetter. Ich habe heute Morgen lange geschlafen. Es ist wichtig, genug Wasser zu trinken. Das Treffen wurde auf nächste Woche verschoben. Ich bin sehr stolz auf meine Arbeit. Ich bin sehr stolz auf meine Arbeit. Ich habe mein Passwort vergessen. Ich habe mein Passwort vergessen. Ich habe viele Freunde. Ich habe viele Freunde. Der Baum hat viele Äste. Ich trage einen warmen Mantel. Ich trage einen warmen Mantel. Ich genieße das schöne Wetter. Ich genieße das schöne Wetter. Die Zeitung liegt auf dem Tisch. Die Zeitung liegt auf dem Tisch. Ich sehe die Sterne am Himmel. Ich sehe die Sterne am Himmel. Das Haus hat drei Etagen. Das Haus hat drei Etagen. Das Buch hat viele Seiten. Das Buch hat viele Seiten. Ich gehe in die Stadt. Ich gehe in die Stadt. Die Straße ist breit. Die Straße ist breit. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich koche gern italienisches Essen. Ich koche gern italienisches Essen. Das ist mein Haus. Das ist mein Haus. Das Bett ist bequem. Das Bett ist bequem. Das Baby schläft. Das Baby schläft. Ich habe das Buch in zwei Tagen gelesen. Ich gehe ins Bett. Ich gehe ins Bett. Die Katze ist süß. Die Katze ist süß. Ich habe das Auto vor dem Haus geparkt. Ich habe das Auto vor dem Haus geparkt. Ich habe das Buch in zwei Tagen gelesen. Ich habe das Buch in zwei Tagen gelesen. Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Ich interessiere mich für deutsche Geschichte. Ich interessiere mich für deutsche Geschichte. Die Stadt, in der ich lebe, ist sehr ruhig. Die Stadt, in der ich lebe, ist sehr ruhig. Ich habe gerade eine Tasse Kaffee getrunken. Ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft. 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 Ich trinke jeden Morgen Kaffee. Der Sommer ist meine Lieblingsjöriszeit. Ich mag es, in der Natur zu wandern. Ich mag es, in der Natur zu wandern. Ich gehe gern ins Theater. Ich gehe gern ins Theater. Ich lerne die Farben auf Deutsch. Ich lerne die Farben auf Deutsch. Ich gehe in den Wald. Ich lese die Zeitung am Morgen. Ich lese die Zeitung am Morgen. Der Hund ist sehr freundlich. Der Hund ist sehr freundlich. Der Tisch ist gedeckt. Das Auto fährt schnell. Das Auto fährt schnell. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich sitze auf dem Sofa. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich schreibe in mein Tagebuch. Die Straße ist leer. Die Straße ist leer. Ich gehe ins Bett um 10 Uhr. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Das Zimmer ist dunkel. Das Zimmer ist dunkel. Das Wetter ist heute gut. Das Wetter ist heute gut. Das Brot ist frisch. Das Brot ist frisch. Die Stadt ist groß. Die Stadt ist groß. Ich lese ein Buch im Bett. Ich lese ein Buch im Bett. Der Garten ist schön. Der Garten ist schön. Die Blume riecht gut. Die Blume riecht gut. Der Tisch ist rund. Der Tisch ist rund. Ich gehe ins Fitnessstudio, um zu trainieren. Ich gehe ins Fitnessstudio, um zu trainieren. Der Hund läuft schnell über das Feld. Der Hund läuft schnell über das Feld. Das Kind malt ein Bild mit bunten Farben. Das Kind malt ein Bild mit bunten Farben. Der Bus ist voll mit Leuten. Der Bus ist voll mit Leuten. Die Blätter der Bäume fallen im Herbst. Die Blätter der Bäume fallen im Herbst. Ich schreibe eine Karte an meinen Freund. Ich schreibe eine Karte an meinen Freund. Das Wetter ist heute sehr schön. Ich gehe ins Bett, weil ich müde bin. Ich gehe ins Bett, weil ich müde bin. Der Schnee bedeckt die Dächer der Häuser. Der Schnee bedeckt die Dächer der Häuser. Das Wasser im Schwimmbad ist warm. Das Wasser im Schwimmbad ist warm. Ich schreibe eine E-Mail an meinen Lehrer. Ich schreibe eine E-Mail an meinen Lehrer. Ich mache einen Spaziergang am Strand. Ich mache einen Spaziergang am Strand. Der Schnee bedeckt die Straßen. Der Schnee bedeckt die Straßen. Das Auto parkt vor dem Haus. Das Auto parkt vor dem Haus. Ich gehe früh zur Arbeit. Ich höre den Regen fallen. Ich gehe in die Bibliothek. Ich gehe in die Bibliothek. Der Hund schläft auf dem Boden. Der Hund schläft auf dem Boden. Ich sehe fern im Wohnzimmer. Ich sehe fern im Wohnzimmer. Die Katze schläft auf dem Teppich. Die Katze schläft auf dem Teppich. Die Katze sitzt auf dem Stuhl. Ich packe meine Tasche. Ich packe meine Tasche. Der Zug kommt um 10 Uhr. Der Zug kommt um 10 Uhr. Die Uhr tickt leise. Die Uhr tickt leise. Die Blumen sind bunt. Die Blumen sind bunt. Ich gehe langsam durch den Park. Ich gehe langsam durch den Park. Die Uhr hängt an der Wand. Ich sitze auf dem Sofa und lese. Ich sitze auf dem Sofa und lese. Das Auto hat vier Türen. Das Auto hat vier Türen. Der Apfelbaum trägt viele Früchte. Der Apfelbaum trägt viele Früchte. Die Pflanze braucht Wasser. Die Pflanze braucht Wasser. Das Haus hat viele Fenster. Das Haus hat viele Fenster. Ich schreibe einen kurzen Text. Ich schreibe einen kurzen Text. Das Fenster ist sauber. Das Fenster ist sauber. Ich koche heute Abend. Ich koche heute Abend. Das Brot ist frisch gebacken. Das Brot ist frisch gebacken. Ich gehe früh schlafen. Ich gehe früh schlafen. Der Wald ist grün und dicht. Das Bild ist schön gemalt. Das Bild ist schön gemalt. Das Zimmer ist sehr klein. Das Zimmer ist sehr klein. Ich lese ein Märchen. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich lerne neue Wörter. Ich lerne neue Wörter. Ich sitze auf dem Sofa. Ich sitze auf dem Sofa. Ich lese die Nachrichten. Ich lese die Nachrichten. Ich fahre mit dem Zug. Ich fahre mit dem Zug. Die Uhr zeigt drei Uhr. Die Uhr zeigt drei Uhr. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich kaufe Obst und Gemüse. Der Tisch ist aus Holz. Der Tisch ist aus Holz. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich schreibe in mein Tagebuch. Die Straße ist breit. Die Straße ist breit. Die Straße ist leer. Die Straße ist leer. Die Bäume sind hoch. Die Bäume sind hoch. Die Blumen duften gut. Ich trinke heißen Tee. Ich trinke heißen Tee. Das Auto ist schnell. Das Auto ist schnell. Ich habe den Brief geschrieben. Ich habe den Brief geschrieben. Der Fluss ist breit. Der Fluss ist breit. Ich habe den Teppich gesaugt. Ich habe den Teppich gesaugt. Das ist mein Buch. Das ist mein Buch. Ich habe den Teppich gesaugt. Er arbeitet als Lehrer. Er arbeitet als Lehrer. Er arbeitet als Lehrer. Das Wetter ist schön. Das Wetter ist schön. Das Haus ist groß. Ich gehe zur Schule. Der Hund ist klein. Ich habe ein Fahrrad. Ich habe ein Fahrrad. Das Wasser ist kalt. Das Wasser ist kalt. Die Blume ist schön. Die Blume ist schön. Die Katze schläft. Die Katze schläft. Ich habe Durst. Ich habe Durst. Das Buch ist langweilig. Das Buch ist langweilig. Der Fisch schwimmt im Wasser. Der Fisch schwimmt im Wasser. Der Sommer ist heiß. Der Sommer ist heiß. Ich gehe einkaufen. Ich gehe einkaufen. Ich mache jeden Morgen Yoga. Ich habe ein neues Fahrrad gekauft. Ich habe ein neues Fahrrad gekauft. Der Schnee ist weiß. Der Schnee ist weiß. Der Himmel ist voller Sterne. Der Himmel ist voller Sterne. Ich gehe zu Fuß zur Arbeit. Ich gehe zu Fuß zur Arbeit. Ich habe einen Spaziergang gemacht. Ich habe einen Spaziergang gemacht. Ich habe das Fenster geschlossen. Ich habe das Fenster geschlossen. Ich habe die Pflanzen gegossen. Ich gehe zum Arzt. Ich gehe zum Arzt. Ich habe ein Bild gemalt. Ich habe ein Bild gemalt. Der Computer ist kaputt. Der Computer ist kaputt. Der Hund bellt laut. Der Hund bellt laut. Der Hund bellt laut. Ich habe das Fenster geschlossen. Ich gehe in den Park spazieren. Ich gehe in den Park spazieren. Ich gehe ins Bett. Ich gehe ins Bett. Ich habe heute viel gelernt. Ich koche das Abendessen. Ich mag dein Lächeln. Ich habe eine neue Tasche gekauft. Es gibt viele Bäume im Park. Der Zug ist pünktlich. Der Zug ist pünktlich. Ich werde bald nach Hause gehen. Ich werde bald nach Hause gehen. Die Katze schläft auf dem Sofa. Der Kaffee ist heiß. Der Kaffee ist heiß. Ich muss mein Zimmer aufräumen. Ich muss mein Zimmer aufräumen. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe eine Überraschung für dich. Die Blume duftet gut. Die Blume duftet gut. Ich nehme ein Bad. Ich nehme ein Bad. Das Essen ist fertig. Das Essen ist fertig. Ich schreibe einen Brief. Ich schreibe einen Brief. Hallo, wie geht es dir? Hallo, wie geht es dir? Ich heiße Johanna. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. Ich spreche ein wenig Deutsch. Ich spreche ein wenig Deutsch. Ich hätte gerne einen Kaffee. Entschuldigung, wo ist die Toilette? Entschuldigung, wo ist die Toilette? Wie spät ist es? Wie spät ist es? Dankeschön. Dankeschön. Was machst du heute? Was machst du heute? Was machst du heute? Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Was essen wir zum Abendessen? Was essen wir zum Abendessen? Ich mag dieses Buch sehr. Ich mag dieses Buch sehr. Was machen wir zum Abendessen? Ist das dein Hund? Ist das dein Hund? Heute ist ein schöner Tag. Heute ist ein schöner Tag. Heute ist ein schöner Tag. Ich freue mich auf das Wochenende. Ich freue mich auf das Wochenende. Wie lange bleibst du hier? Wie lange bleibst du hier? Die Schule beginnt um 8 Uhr morgens. Die Schule beginnt um 8 Uhr morgens. Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ich gehe jeden Tag spazieren. Ich gehe jeden Tag spazieren. Ich möchte nächstes Jahr nach Spanien reisen. Ich arbeite in einem Büro im Stadtzentrum. Ich arbeite in einem Büro im Stadtzentrum. Mein Bruder spielt gerne Gitarre. Mein Bruder spielt gerne Gitarre. Der Bus kommt in 10 Minuten. Ich finde es schwer, früh aufzustehen. Ich plane, bald einen neuen Job zu suchen. Ich habe heute viel Arbeit erledigt. Ich habe die Dokumente auf den Schreibtisch gelegt. Ich habe die Dokumente auf den Schreibtisch gelegt. Ich habe das Buch schon dreimal gelesen. Ich habe das Buch schon dreimal gelesen. Die Stadt hat viele Sehenswürdigkeiten. Die Stadt hat viele Sehenswürdigkeiten. Ich gehe in die Stadt. Ich gehe in die Stadt. Ich koche gern italienisches Essen. Ich koche gern italienisches Essen. Das Baby schläft. Das Baby schläft. Das Baby schläft. Ich plane, bald einen neuen Job zu suchen. Ich plane, bald einen neuen Job zu suchen. Das Flugzeug ist pünktlich gelandet. Das Flugzeug ist pünktlich gelandet. Das Hotel war sehr komfortabel. Das Hotel war sehr komfortabel. Ich finde es schwer, früh aufzustehen. Ich finde es schwer, früh aufzustehen. Die Stadt ist viel größer, als ich dachte. Die Stadt ist viel größer, als ich dachte. Ich möchte gerne mehr Zeit für meine Hobbys haben. Ich möchte gerne mehr Zeit für meine Hobbys haben. Es regnet seit Stunden. Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Ich möchte im nächsten Jahr eine neue Sprache lernen. Ich möchte im nächsten Jahr eine neue Sprache lernen. Wir fahren im Sommer in den Urlaub. Wir fahren im Sommer in den Urlaub. Ich habe beschlossen, gesünder zu essen. Ich habe beschlossen, gesünder zu essen. Die Wohnung ist groß genug für uns alle. Die Wohnung ist groß genug für uns alle. Der Baum steht im Garten. Der Baum steht im Garten. Ich spiele Klavier. Ich spiele Klavier. Ich habe eine neue Uhr. Ich habe eine neue Uhr. Der See ist sehr tief. Der See ist sehr tief. Ich kaufe frisches Brot. Ich kaufe frisches Brot. Ich gehe jeden Tag spazieren. Ich gehe jeden Tag spazieren. Ich gehe ins Bett. Ich gehe ins Bett. Das ist mein Haus. Das ist mein Haus. Die Katze ist süß. Die Katze ist süß. Der Apfel ist grün. Der Apfel ist grün. Das Bett ist bequem. Das Baby schläft. Das Baby schläft. Ich trinke Orangensaft. Ich trinke Orangensaft. Ich habe das Buch in zwei Tagen gelesen. Ich interessiere mich für deutsche Geschichte. Ich interessiere mich für deutsche Geschichte. Ich habe gerade eine Tasse Kaffee getrunken. Ich habe gerade eine Tasse Kaffee getrunken. Ich habe den ganzen Tag am Strand verbracht. Ich habe den ganzen Tag am Strand verbracht. Ich habe heute viel zu tun. Ich kaufe Gemüse auf dem Markt. Ich kaufe Gemüse auf dem Markt. Der Kuchen schmeckt sehr gut. Der Kuchen schmeckt sehr gut. Ich trinke Wasser, wenn ich durstig bin. Ich trinke Wasser, wenn ich durstig bin. Das Essen ist schon fertig. Das Essen ist schon fertig. Das Haus hat einen großen Garten. Das Haus hat einen großen Garten. Ich sitze auf dem Sofa. Ich fahre mit dem Zug. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich lerne neue Wörter. Ich lerne neue Wörter. Ich lese die Nachrichten. Ich lese die Nachrichten. Die Uhr zeigt drei Uhr. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Das Zimmer ist dunkel. Das Zimmer ist dunkel. Das Wetter ist heute gut. Das Wetter ist heute gut. Das Brot ist frisch. Die Stadt ist groß. Ich mache einen Spaziergang am Strand. Das Auto parkt vor dem Haus. Ich höre den Regen fallen. Ich höre den Regen fallen. Der Hund schläft auf dem Boden. Die Katze sitzt auf dem Stuhl. Der Zug kommt um 10 Uhr. Der Zug kommt um 10 Uhr. Die Blumen sind bunt. Die Blumen sind bunt. Ich gehe jeden Morgen joggen. Ich gehe jeden Morgen joggen. Die Straße ist heute sehr ruhig. Ich schreibe jeden Tag einen kurzen Text auf Deutsch. Ich schreibe jeden Tag einen kurzen Text auf Deutsch. Die Sonne geht im Westen unter. Ich arbeite gern im Büro. Ich arbeite gern im Büro. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich schreibe in mein Tagebuch. Die Straße ist leer. Die Blumen duften gut. Die Blumen duften gut. Das Auto ist schnell. Das Auto ist schnell. Das Auto parkt vor dem Haus. Das Auto parkt vor dem Haus. Ich höre den Regen fallen. Ich höre den Regen fallen. Der Hund schläft auf dem Boden. Der Hund schläft auf dem Boden. Die Katze schläft auf dem Teppich. Die Katze schläft auf dem Teppich. Ich packe meine Tasche. Ich packe meine Tasche. Die Katze spielt mit einem Ball. Die Katze spielt mit einem Ball. Das Wasser im Fluss ist sehr klar. Das Wasser im Fluss ist sehr klar. Ich esse jeden Morgen ein gesundes Frühstück. Ich gehe ins Bett, weil ich müde bin. Ich mache Sport, um fit zu bleiben. Ich mache Sport, um fit zu bleiben. Der Schnee bedeckt die Dächer der Häuser. Der Schnee bedeckt die Dächer der Häuser. Die Blume in der Vase ist schön. Ich gehe gerne in den Wald spazieren. Das Wasser im Schwimmbad ist warm. Das Wasser im Schwimmbad ist warm. Ich lese jeden Abend vor dem Schlafengehen. Das Wasser im See ist klar. Das Wasser im See ist klar. Das Wasser im See ist klar. Ich gehe in den Wald. Ich gehe in den Wald. Das Wasser im Hangen betr Cook favorites. Ich höre die Verdachtung. Ich höre das Meer rauschen. Ich höre das Meer rauschen. Ich höre das Meer rauschen. Ich lese die Zeitung am Morgen. Ich lese die Zeitung am Morgen. Ich lese die Zeitung am Morgen. Die Katze frisst Futter. Die Katze frisst Futter. Der Hund ist sehr freundlich. Der Hund ist sehr freundlich. Der Baum ist hoch. Der Tisch ist gedeckt. Der Himmel ist blau. Ich schreibe einen Brief an meine Freundin. Ich schreibe einen Brief an meine Freundin. Das Auto fährt schnell. 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 Vielen Dank.